Und da sind wir wieder nächste Folge, wir haben jetzt Zecker 40 Minuten probiert 40 Minuten probiert 40 Minuten 40 Minuten probiert dieses Wir haben es einfach nicht ausgefunden, jetzt mussten wir die Lösung noch drücken David hat sie jetzt, ich weiß sie immer noch nicht Du stellst dich über das 2er Du musst wahrscheinlich in die 1, wa? Ja, und du schießt da und da in total hin Hey, was? Wo? Da Ach so, da Und da, okay Ach ja, das will in der Mitte zusammenfallen Och ne, oder? Nein, oder? Ja Auch ne, scheiße Das muss ich jetzt in Zandrehen Okay Das ist jetzt das andere Ach scheiße, du musst ja beide gleichzeitig sitzen, oder? Und nun? Das ist jetzt nicht der Ernst, alter, nein, nein Ah, ne, jetzt, jetzt, wie du sagst, ja, dass es nur im Korb geht, ja, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, auch eingefallen Nein, das gibt es nicht, dafür haben wir es 40 Minuten gedauert, ey, das gibt es nicht Ja, ach, ach, wie ärgerlich Ach, endlich Oh, fuck Oh, fuck In Kürze wird das Wort Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Wenn ihr einmal die Zahl anstelle von La hört, ignoriert es, dies ist ganz und gar unwichtig Der heutige Sicherheitsgrund lautet Lager 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 Oh, ne, ey, das macht das echt nicht Also, entschuldigt bitte unsere Dummheit, ja Lager Lager Wenn wir an vieles gedacht haben, aber an das nicht Ach, scheiße 40 Minuten lang und dann haben wir die Sache in 3 oder so Und dann auch diese 10, äh, von der letzten Folge noch dazu, wir haben fast eine Stunde dafür gebraucht, bis wir dann nachgeschaut haben Oh, das kriegt ein Schlag Ich denke, dass ihr so weit kreut Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte Okay Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten Der andere Nun Darüber möchte ich lieber nicht sprechen Warte mal, warte mal Was? Nein, nicht das Gut Also, Abschnitt 4 Testkammer 1 Weiter geht's Hoffentlich machen wir nicht wieder schon Mühe Oh, Gott, oh, ich würde doch nicht dran gedacht haben Oh, das war aber eine schwere Geburt, ey Oh, leck mich am Arsch Oh, boah, da freue ich mich dann auf die Pizza Ja, aber ich habe es immer noch nicht bekommen, meine Pizza Nach acht Tagen immer noch kein Scheiße Oh, so Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch Oh, mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid Ich glaube, das gefällt mir nicht Ich glaube, das gefällt mir nicht So viel zu tun Wie zum Thema Uh, cool, neunige Oh, Ich will auch um und trage Traktor Stahl und Traktor Stahl in der Tat der Steine Traktor Stahl mäßig es gibt ein Traktor Stahl Traktor Stahl der zieht Sachen an und du hast noch nicht auszunehmen ich nicht du musst es darum da ein Blödsinn schmerzlich nicht lustig immer das ist ja nicht mal ich wurde nicht nun muss ich machen da oben in drück mal Kuh, drück mal Kuh drück Kuh drück Kuh drück du mal Kuh ähm jetzt müssen wir was machen er einfach fallen lassen wenn das geht so drück 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 diesmal also nicht zusammen da untergegen drück und 4 die du jetzt runter so wie komme ich jetzt runter Prozent Prozent da ist ein Ball das ist noch was in Baden-Württemberg um um wenn wir gleich rausgetrieben Prozent ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden dass Orange und Verräter auf dieselbe Datei zurückgehen das war übrigens noch fürs lustig machen hey ich hab dich nicht lustig gemacht das hat dir einfach nur behauptet ja 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 ich finde das so lustig wie du dann selber eins auf den Deck bekommst ich bin traurig dass du dich da bist okay leck mich im Arsch es wäre sinnlos bloß Gefühle zu verletzen doch wer sich den Test genauer ansieht merkt sofort wer hier der eigentliche Held ist ich weiß ich weiß aber dann gelobt mich ruhig ja gut nein nein oh bist du schlecht du hattest recht Orange blöd genug in deine Falle zu tappen das ist hey die Idee ist vor Ort ich bin ich will die Wünsche streiten der Gäste der Gäste die sie kommen einfach her Junge wir müssen das einschalten ist bewusst wir müssen das einschalten ja das steht hier wo steht das es ist nicht so gut gefunden wenn das einfach so ist das ist ja mal was neu für die Verarsche was passiert denn wenn man hier drauf geht die gehen auf also einer muss hier und hier ein Katal hinsetzen dann muss der andere durchgehen was nichts bringt weil ich komme hier sowieso nicht hin dann setzt das da unten hin was auch nichts bringt das machen wir uns halt so ich bin ja das hat jetzt nicht viel gebracht denn da muss ich durchgehen okay aber da kommt man eh nicht hoch das ist zu tief warte geh mal rein schwing rein ich bin zu klein okay also dann geh mal weg dann geh ich jetzt rein nein ach schade ich ich muss das rüber setzen ach ich kann das auch okay dann bleib mal da drin und geh nach oben ja geh mal nach oben hoch 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 ja okay bist du oben? ja aber das ist was im Weg ja dann geht noch ein Stück zurück oder geht das nicht? na ich komme nicht hin nach hinten dann müssen wir das schneller machen wenn du auf dem Weg bist müssen wir das machen tisch 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 noch ein Stück tisch 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 ich glaube ich dass das unbedingt so gewollt ist sowas passiert wenn ich es hier drauf gehen und es geht auch gerne mit mir den Ball runter da muss ich ihn überhaupt hin tun wo muss da hin? absolut keiner mehr wo da hin muss tisch 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 noch mal runter da kommt keiner mehr wieder kommt keiner mehr da ist keiner tisch 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 das heißt musst du von dem mann oder war oder war oder war oder schade schießen tisch 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 das bei der Umgebung ist die Möglichkeit dass Prozent ja ich kann so bleiben das den Stahl wie denn wo denn muss jetzt also einmal aufhören bitte also den Kube na dann nicht mehr nicht aufhören zu machen was sage ich auch von also was denn einmal ein paar Teile dahin setzen und dann ein Stein und jetzt dahin und wenn du in den Strahl gehst dann könntest du dann diesen Strahl da also wenn du da auf leg mal die Kugel auf das auf auf den Schalter oder auf die Platte wie ja ok weißt du nicht was das bringt aber was am Anfang Prozent oder der Wörter ich kann ich nicht nein was wird Warte 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 die Kugel starred tidak wenn ich die Kugel herein kriegen ich muss die Kugel behalten das ist es wir machen das ganze machen also du musst er hat dann genau das hier ein bisschen abspringen wenn du es trotzdem ein bisschen in die Dicke da bist du oben? nein noch nicht ganz jetzt ich habe absolut keine Ahnung ob das jetzt setzt du wieder ein paar Teile dahin nein dann machst du den so da leuchtet es aber immer noch kein Stahl durch ja der würde dich aber an die Wand da drüben drücken der bringt ja nichts doch na ich kann ja dein Portal setzen jetzt dann stelle ich nochmal da drauf auf den Schalter was bringt das denn? umso was bringt das dir denn das Ding warte mal warte mal die wird doch da zerstört nein warte mal oh ich hab vergessen auf jeden Fall irgendwas ist es auch noch hier guck mal so kommt man auch in diesen Stahl rein ok viel einfacher ach dann ist es ja easy was ach nein ist es nicht Schuss weil ich habe müssen ich bin der Meinung dass der irgendwie der Strahlen dadurch gehen muss durch dieses Teil da und dass dann diese Kugel der durchgetrieben werden oder dass man mit dieser Kugel der durchgehen so dass ich meine dass ja ich glaube schon die Gruppe teilen der anderen Seite und das sind das man dadurch gibt mit der Kugel da kommt okay hier kommt man nicht wissen dass dann ja ich habe nur was ausprobiert mach du bitte meinen Strahl hier das Prozent Prozent also wohin die Sitzkarte denn er hat wir haben ein bisschen den strahlen den strahlen ja das war zu tief das hast du genau richtig vorhergesehen und wenn ich jetzt mal da rein wir stehen dann den strahl geleitet sowie erstens starke als der und da Machen wir mal auf Du musst springen im Hintergrund Ja, aber Ja, hier habe ich ihn Ja, ich habe das so gemacht Ja Ja, und dann habe ich hier ein paar Teile hingesetzt Da? Ja, ich weiß, da Und Ja Ich muss springen Ja, ich springe Ich will aber Das Tu mal bitte dein Lilanester weg Ähm Oh Es muss irgendwie aus meinem Gelben da ein Strahl rauskommen Upsen Na Wie soll man das machen, dass aus dem Gelben der Strahl rauskommt? Warte, kann ich? Eventuell Nein, kann ich nicht Und dann Ich kann natürlich auch Irgendwann Lina das hinsetzen Ob, sagen wir mal Ja, genau So, und jetzt Ähm Muss du versuchen irgendwie da ein Tritt haben Zu setzen So Ja, und Einfach Da einfach Nein, das war dumm Noch ist es ja Okay Achso, ja Das muss aber so Der Ball geht nicht durch das Portal Doch Okay Dann Muss ich jetzt wieder zurück Achso, kacke Ich muss jetzt irgendwie zurückkommen ohne Ohne dass meine Portale kaputt Achso, nein, Quatsch So, ist die Kugel da drin? Ja Dann kann ich ja erst hier weg So Jetzt auch mal da Und Und So So, da hätten wir das doch Gut Gut Achso, ja Ich dachte gerade schon, die Tür wäre nicht aufgehört oder so Ausgezeichnet Ihr macht euch beide sehr gut Okay Ich höre gar nicht, dieses uns, uns, uns Yes Ich finde, das ist halt eine Bassmusik im Hintergrund Okay Orange, Blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests Tja, das stimmt Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen Ey Ey Boah, das ist nur unverschämt halt Okay In dieser Folge haben wir leider nicht ganz so viel geschafft, aber immerhin Warum Ähm Egal, das gucken wir uns nächste Folge an Lassen wir auf an Okay, komm mal bitte zurück Ja, komm mal hier, komm mal, komm mal, puti puti Alter, was zur Hölle Okay Ey Das finde ich aber lustig, dass ich mich da, äh, mit der Heimzahle immer Ähm Und Ja, ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein... Wenn es euch gefallen hat, genau Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da Und schaut bei der nächsten Folge wieder vorbei Okay Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann Presst ihr Abo, Patsche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Okay Ciao Ciao Okay Doodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodood